Heute ist der 15. Juni 2013 und ich bin zu Besuch in Offenburg. Beim Fest der Kulturen treffe ich Olga. Ich bin Olga Gart, Patin für ein Projekt von Wir sind dabei. Unser Projekt heißt Kultur Integro Kalender. Wir fotografieren verschiedene Kulturen, Religionen und dann werden wir gemeinsam mit Kindern und unserem Fotograf einen Kalender gestalten. Dafür machen wir auch Seminar, macht unser Fotograf mit Jugendlichen Seminar und mit Teenager und wir haben verschiedene Feste in der Stadt und im Stadtteil mit kultureller und sozialer Errichtung und da fotografieren wir verschiedene Aktivitäten. Also das ist praktisch Kinder ab zwölf Jahre alt und dann da sammeln die das Material dazu und machen dann ungefähr im September diesen Kalender für 2014. Musik 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 Ja, erstens, dass die andere Kultur einfach Nähe kennenlernen. Zweitens, natürlich, die können also mit Kamera umgehen, das ist auch so praktisch mit diesem Projekt. Und natürlich, dass sie sich selbst engagieren. Zuerst müssen sie langsam verstehen, was sie machen. Wir haben angefangen, zuerst lernen, sie überhaupt mit Kamera umgehen und heute war der erste Termin, wo sie überhaupt fotografieren. Und sie müssen jetzt verstehen, warum. Also sie müssen eine Veranstaltung nach dem zweiten und dann sieht man, was sie dann machen. Nicht nur für sich selber fotografieren, weil ich ein Fotograf sein will, sondern wir machen einen Kulturkalender. Und die Reihung in der Kita-Kirche sind XXL, also quasi dick. Ja, alles ist was, was ich meine, weil ich hier für dich und dich reinbekommen. Für S und R, komm, komm, gib mir bitte noch R und X und R aus. Und Karst und Fuss, B-O-O-O-O, das sind die Schirmus. 2, komm, sagst du mir bitte noch R und X und R aus. Und ich muss gerne dieses D advers worus. 1, komm, komm!